Ihr fragt euch, wie man Bilder in GIMP nachschärfen kann? In diesem kurzen Tutorial demonstriere ich euch, wie das funktioniert. Herzlich willkommen, ich bin Ali, euer 3D-Tutor und ich habe mir mein Bild hier in GIMP schon reingeladen und starte jetzt gemeinsam mit euch durch. Kurz in eigener Sache vorab. Ich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Abonniert also gerne den Kanal, gebt mir einen Daumen nach oben und schreibt in die Kommentare, wenn ihr euch weitere Tutorials wünscht. Wir gehen hier im Menü auf Filter, Verbessern und gehen auf Schärfen. Dahinter liegt ein gewisser Mechanismus, unscharf maskieren. Das hört sich erstmal widersprüchlich an, aber es funktioniert, glaubt mir. Wir können uns das bei Gelegenheit gerne einmal ansehen, wie genau das funktioniert, aber hier geht es erstmal nur darum, das Tool, also das Werkzeug zu verstehen und die einzelnen Einstellmöglichkeiten. Wir haben hier einmal den Radius. Wofür ist der überhaupt gut? Was macht GIMP überhaupt? GIMP geht bei und sucht sich alle Stellen, an denen es hohe Unterschiede an Helligkeiten oder Kontrasten zwischen den Pixeln gibt. Das heißt, wir haben hier dunkle Bereiche, wie ihr hier seht, und dann haben wir hier helle Bereiche oder hier sehr helle Bereiche und dann hier etwas weniger helle Bereiche. GIMP sucht diese Stellen heraus und verstärkt den Kontrast an diesen Stellen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, über den Radius den Bereich zu vergrößern, an der diese Stelle, an der dieser Kontrast verstärkt wird, an der diese Schärfe hier verstärkt wird. Ihr seht das, der Bereich, an der der Effekt wirkt, wird größer, wenn wir mit dem Radius spielen. Amount oder Menge ist dafür da, einzustellen, wie stark diese Kontrastverstärkung, diese Schärfung sein soll. Das heißt, wenn wir hier diesen Amount hochgehen, ihr seht, auch hier sind gewisse Kontraste. Auch in solchen Bereichen wie hier wirkt dann eine extreme Verstärkung, wenn wir diesen Mengenregler hochziehen. Man kann das übertreiben, man muss es nicht übertreiben. Man kann auch schon sehen, dass das einen Effekt hatte, indem man die Vorschau einmal aktiviert und deaktiviert. Wir können das mal hier auf etwa diesen Wert ziehen. Man muss es nicht zu groß machen. Man kann es nur an den Kanten wirken lassen. Und jetzt haben wir noch hier den Schwellwert. Wofür dient der Schwellwert? Der ist dazu da, dass nicht alles von dieser Schärfung betroffen ist. Das heißt, wir haben hier gewisse Kontrastunterschiede im Stoff oder auf der Haut eventuell. Und dann, wenn wir diesen Schwellwert hochziehen, dann werden nicht alle Kontraste gleich als Kontrast interpretiert. Und die Schärfung zieht nicht überall. Ihr seht das hier, wenn ich da mit dem Regler hochgehe. Hier seht ihr das, diese Verstärkung dieser Schärfe wirkt nur noch an einigen gewissen starken Kanten. Wenn ich den hier runterregle, dann wirkt er wieder überall. Wenn ich den hochziehe, dann gar nicht mehr. Wenn ich jetzt nochmal die Vorschau rausnehme und reinnehme, dann könnt ihr sehen, wie ich hier die Verstärkung meiner Schärfe im Grunde hingekriegt habe. Das gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Ich kann hier nochmal mit Steuerung und dem Mausrad rauszoomen. Also Vorschau aktivieren, deaktivieren. Den hier nochmal ein bisschen rausnehmen. Dann sieht man das nochmal ein bisschen besser. Und wir können natürlich auch den Radius etwas reinnehmen und hier nochmal ein bisschen Stärke nachgeben. Dann hier die Vorschau aktivieren. Und dann gefällt uns das schon ganz gut. Wenn wir das noch einmal benutzen möchten, dann können wir die Einstellungen hier speichern. Das heißt hier die aktiven Einstellungen als Voreinstellung speichern. Und dann können wir unter den Einstellungen darauf zurückgreifen. Das Ganze mit OK bestätigen. Und schon haben wir unser Bild geschärft. Eine Kleinigkeit noch. Ihr habt hier über die geteilte Ansicht die Möglichkeit, auf der rechten Seite, ohne den Filter anzeigen zu lassen, wie das Ganze aussieht. Und auf der linken Seite seht ihr, wie das mit diesem Filter, mit dieser Schärfung aussieht. Das ist die geteilte Ansicht. Die könnt ihr aktivieren und deaktivieren. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr etwas mitnehmen konntet. Wir sehen uns dann im nächsten Tutorial.